Kantonspolizei Thurgau präsentiert Verkehrserzeugung aus dem Jahr 1935. Heute zum Thema Schlitten. Das hat sich seit dem letzten Jahrhundert definitiv nicht geändert. Sobald Schnee hat, heisst Ski und Schlitten schnappen und ab die Post voraus. Aber auch wenn es so richtig Freude macht, ganz ohne Aufpassen geht auch beim Schlitten nichts, vor allem wenn man auf der Strasse unterwegs ist. Wenn Autos und Busse herkommen, heisst es ausweichen. Ganz verkehrt ist es, wenn man mal hofft, dass der Lasterwagen dann schon irgendwie rechtzeitig anhalten kann, so wie es der junge Skifahrer hier macht. Und im schlimmsten Fall bleibt halt nur noch der, sagen wir mal, notfallmässige und ein wenig unelegante Abstieg, wie wir ihn, Achtung, hier sehen. Das schauen wir doch gerade nochmal in der Zeitlupe und merken am Lachen auf dem Gesicht an, dass offenbar bei diesem Stand niemand ernsthaft verletzt worden ist. Und wie bleibt das auch so? Genau, mit dem Leitmotto von Anno1935, wo der heisst Aber das ist so, Und wie bleibt das auch so? weil sie nicht mehr oberen sind, die die die, die die, die die, die die, 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 die die, 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 die die, 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 die... Untertitelung. BR 2018